Schönen Schlag, bist du? Was nicht los ist, was braucht man nicht. So, nehmen wir die Decke runter. hinter dich auf die stufe stellen irgendwo da und jetzt kannst du das zweite rausheben jetzt muss ich aber das telefon auf zeiten geben mit den handschuhen ein bisschen ausräumen das muss man sich gleich wieder machen ich glaube sind wir auf dem beton das passt schon wieder jetzt muss man es wieder so einsetzen dass der griff bei der stufe ist ja schon genau in der mitte es ist nicht genau in der mitte es muss genau in der mitte sein so den zweiten deckel drauf und perfekt danke so ich geh jetzt mit dem Käse und wärm den Teig raus ja von oben ja von oben sieht das stört den genau überhaupt nicht passt schon das ist fast eine passt schon, jetzt kann ich die pumpen einschalten und dann funktioniert wieder alles ok ich habe schon mit dem gebläse die terrasse geputzt und vorne die Einfahrt geputzt habe ich schon alles gemacht ja Okay. 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 Наша малина растет до первых заморозков. Okay. 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 Okay.